Die Ausgaben für Industrieklebstoff sind immens gestiegen, dadurch, dass wir jedes Mal vor dem Video wieder deinen Bart ankleben müssen. Ja, aber darauf können wir nicht verzichten. Das ist absolut betriebsnotwendig. Okay, aber mal was anderes. Wenn wir jetzt im nächsten Video die Sequenz weglassen aus Guides, dann versteht am Ende den Zusammenhang zwischen den zwei Szenen überhaupt niemand. Ja, aber ich glaube, das ist völlig egal. Das lassen die Chirurken doch eben. Oh, guten Tag. Sie sind ja schon da. Ich darf mich vorstellen, mein Name lautet Don Kim und neben mir sitzt mein Geschäftspartner von T. Wir sind Geschäftsführer der Big White Telefon DBR und sollten Ihnen vielleicht bekannt sein aus YouTube-Videos wie Alkoholfreies Bier oder der jüngsten Selfie vom Halbparodie. Durch den bahnbrechenden Erfolg dieser Videos für uns, unseren YouTube-Kanal und unser Unternehmen erreichen uns in jüngster Zeit ganz, ganz viele Leserbriefe mit Fragen wie Wer zum Teufel seid ihr eigentlich? Kann ich so sein wie ihr? Und wer verdammte Scheiße ist dieser Motherfucking Wagner? Der Big White Telefon? Nein, unser kleines knuffiges Maskottchen. Um Sie, liebe Zuschauer oder potenzielle Investoren, für unser Unternehmen zu gewinnen, möchten wir Ihnen heute einen Einblick in die Arbeit und das Leben von der Big White Telefon DBR. Hier in den Arbeitsräumen der Big White Telefon DBR tun wir jeden Tag unser Bestes, um unseren Zuschauern in der ganzen Welt ein breites Angebot an Unterhaltung von lustigen Grafiken über Musik bis hin zu Videoclips zu präsentieren. Die Grundlage für diesen Erfolg sind die Menschen in unserem Team. Das Teamwork unserer Mitarbeiter erstreckt sich über die reine Arbeit hinaus. Sei es nun beim Sport im betriebseigenen Fitnessstudio, beim Genießen der Work-Life-Balance während den regelmäßigen und ausgiebigen Siestas oder bei den anderen großen Geschäften des Lebens. Nur dadurch gelingt es uns, ein hochqualitatives Unterhaltungsangebot zu produzieren. Zu unseren Geschäftsfeldern zählt auch die Musik, die wir im Einklang mit fundiertem technischem Know-how produzieren. Auch in der Grafikabteilung ist nicht zuletzt durch kollegiales Verhalten und durch die flachen Hierarchien Höchstleistung an der Tagesordnung. Der Höhepunkt unserer Bemühungen, das sind die regelmäßig professionell produzierten Videoclips. Hat Ihnen unser kleines Präsentationsvideo gefallen? Dann liken Sie uns doch auf Facebook, folgen Sie uns auf Twitter und abonnieren Sie uns auf YouTube. Wir zählen auf Sie, denn ein Team besteht immer aus näheren Spielern. Toi, 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 Lett! Toi, 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 Lett! Vielen Dank.